Die Jahre des Wahnsinns waren eine Zeit der seltsamen Omen und unheilvollen Einflüsterungen, die Terra verschlangen. Es begann mit dem Verschwinden des konservativen Generalkommandanten des Adeptus Custodes, Galaphone. Im Kampf gegen die Stagnation seiner Herrschaft hatten die Custodes nicht nur mit Chaoskulten zu kämpfen, sondern auch mit Xenos anbildenden Kulten im gesamten Sollsystem. Weltuntergangssekten lösten in den Pilgergruppen des Imprean-Palastes Kriege aus und die Custodes waren gezwungen, ihre Autorität in den blutigsten Kämpfen seit dem Jahrhundert des Blutes auszuüben. Die Servitoren in den nunten Zellen müssen aufgrund von plötzlichen Wahnsinn und Gewaltausbrüchen vernichtet werden. Es kommt zur Katastrophe, als eine Kabale von gefallenen Psionikern den Generalkommandanten Launstrid in der Schlacht um die goldenen Flammen in den Tod schickt. In seine Lücke tritt Trajan Valores, der neue Generalkommandant des Adeptus Custodes. Mit seinem Aufstieg erleben die Custodes ihre aktivste Zeit seit dem Fall von Gorg Mandaia und brachten das Sollsystem wieder ganz unter ihre Kontrolle.